Musik Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, LS19 wieder von der Wildbachtal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir das Feld soweit geflügt und werden in der heutigen Folge uns ein paar Schweine hier auf dem Hof holen. Und zwar zwei an der Zahl, denn wir wollen ausprobieren, ob das Ganze auch funktioniert mit zwei Schweinen. Ich habe auch schon ein bisschen Schweinefutter gekauft, das sehen wir hier vorne. Das habe ich hier schon mit dem kleinen Ballenladewagen oder Ladewagen hier quasi aufgenommen. Vier Paketchen habe ich gekauft und dann wollen wir gleich mal schauen, wie das Ganze denn auch funktioniert. Ich packe mal kurz hier den jeweiligen Tiefenlockerer weg. Und dann geht es auch wieder los. So, morgen gibt es wieder einen Livestream. Heute schaffe ich es leider nicht. Ist da was privat dazwischen gekommen. Deswegen ab morgen, 19 Uhr, geht es wieder weiter mit einer Runde LS19. Da werden wir uns das Bulbul-DLC angucken, was heute neu erschienen ist. Link natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Kleinen Moment. So, jetzt geht es besser. Dann wollen wir mal zum Viehhändler rüber. So, zack. Mal gucken hier, springen wir da mal hin. In das Fahrzeug, da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar haben wir hier so einen kleinen Juskin-Trailer uns angemietet, damit wir die Tiere da auch aufnehmen können. Und wir nehmen Yorkshire, weibliche Säue. Also zwei Stück an der Zahl. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Denn es sollen, die sollen sich sehr schnell vermehren. Schnell wachsendes Tier mit sehr hoher Fleischqualität. Acht Stück passen bei uns rein, zwei Stück kaufen wir uns. Das haben wir jetzt gemacht. Und dann würde ich vorschlagen, ja, werden wir hier, mal kurz mal was ausstellen hier. Ich hatte nämlich vorhin noch ein bisschen was ausprobiert. Zack. Machen wir mal fix den Screen hier. So. Dann haben wir das soweit fertig. Starten den Traktor und fahren jetzt mal zurück hier zu unserem Hof. Machen mal die Rundumleuchten hier an. Und dann werden wir gleich die Tiere auf jeden Fall versorgen. Die brauchen Wasser. Futter haben wir uns einfach mal gekauft. Nämlich das haben wir bisher noch nicht im Bestand. Und wenn wir es nachher noch schaffen, werden wir auf jeden Fall noch eine Runde, ja, düngen. Nämlich Felder müssen alle gedüngt werden. Es regnet immer noch. Gegen Abend nimmt der Regen erst wahrscheinlich ab. Gucken wir uns mal kurz hier die, rufen wir uns mal kurz die, äh, die Minikarte gleich mal auf hier. Jetzt gucken, wo müssen wir denn da hin? Ich guck mal kurz in die Gesamtübersicht. Äh, wir müssen quasi einfach da lang. Okay. Fahren wir da mal rum? Ich glaube, wir müssen nämlich hier rein. Darüber. Da ist ganz schön viel Verkehr hier. So, da müssen wir rüber. Dann wieder an dem jeweiligen Gleisen entlang. Zack. Gut, dann haben wir es gleich. Ist natürlich immer ein kleines Stückchen zu fahren, aber ich denke, das passt dann auf kurz oder lang. Ja, erste Schweine haben wir. Kühe haben wir dann. Hühner haben wir. Bedeutet, wir haben alle Tiere auf dem Hof. Müssen uns natürlich auch um die kümmern. Dann noch die eigenen Erzeugnisse, ähm, ja, irgendwann dann auch mit einbauen. Also sprich, die eigenen Sachen dann auch ernten. Aber dafür geht natürlich ein bisschen Zeit noch rum. Und ihr habt auch geschrieben, ähm, nehm mal den Mod mit rein und, äh, den Mod mit rein. Zum Beispiel den Unimog wolltet ihr unbedingt haben. Ja, äh, geldtechnisch, äh, schwierig aktuell. Jetzt weiß ich auch, warum das gerade nicht geklappt hat mit der Kamera. Huch. Das hat auch wieder nicht eingeblendet. Das passiert nämlich immer, wenn ich hier Screenshots mache. So, jetzt haben wir es. So. Fahren wir da mal hoch. Und dann sind wir gleich schon am Hof eingetroffen. Und ihr habt gesagt, wir sollen die Zeit hier auf fünf stellen. Das mache ich jetzt einfach mal. Damit die Zeit ein bisschen schneller rumgeht. Beim Anpflanzen werde ich es wahrscheinlich nicht machen. Weil das nämlich dann, glaube ich, zu schnell wächst. Müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze dann dort entwickelt. Und jetzt sind wir gleich am Hof hier wieder angekommen. Und werden die ersten Schweine dann einziehen lassen. Und das ist das Feld, was wir beim letzten Mal gepflügt haben. So. Dann haben wir das hier soweit fällig. Dann muss ich mal kurz gucken, wo der Trigger ist hier. Zum Abladen der Schweine. Weil hier können wir, glaube ich, reinfahren, ne? Ah, hier ist der Trigger. Okay. Können wir da durchfahren. Ja, das sieht gut aus. Können wir uns die Schweine hier reinpacken? Und dann müssen wir mal gucken, wo sich die ganzen Trigger befinden. Damit wir die Tiere dann auch verpflegen können. Das war ganz schön eng hier. Ich glaube, ich fahre lieber von der anderen Seite rein, ne? Wobei, ist auch nicht viel besser. Oder wir fahren rückwärts rein. Gucken wir mal. Ich glaube, rückwärts wäre einfacher. Ja, mal gucken, ob wir da reinkommen. Jetzt einmal rumreißen hier. Boah, ist ja ganz schön eng hier. Aber irgendwie kriegen wir das hin, ne? Also mehr oder weniger. Wir müssen noch ein Stückchen weiter zurück hier. Ja, es ist... Mal gucken, ob das gleich funktioniert. Ob wir die jetzt hier ausladen können. Yo, ausladen können wir sie. Zwei Schweinchen. Dann machen wir den Motor erstmal aus. So. Die Schweine haben wir jetzt drin hier im Stall. Da laufen sie. Können wir uns die auch angucken. Können die, glaube ich, sogar reinlaufen, ne? Oder? Können wir uns ducken. Da funktioniert das Ganze. Jetzt muss ich mal schauen, wie das mit dem Wasser funktioniert hier. Weil hier ist Wasser... Da müssen wir mal schauen, wie wir da reinkommen. So, ein bisschen kleiner machen hier. Ich komme nicht mehr raus. Hilfe. Doch. Hat, äh, doch geklappt. So. Die brauchen jetzt Futter natürlich. Das schauen wir auch mal. Machen wir das mal auf hier. Ich denke mal, hier wird Wasser drankommen. Und hier kommt da wahrscheinlich Futter rein. So, was brauchen die noch, die Tierchen? Ähm... Ach ne, ist ja über Seasons-Menü. Ich vergesse das immer. So, die brauchen Wasser, Stroh und natürlich jeweils Mais, Weize, Gersten, Sojabohnen, Raps und so weiter. Wir haben natürlich, äh, das Futter soweit gekauft. Ich würde sagen, wir holen erstmal Wasser. Wo habe ich denn den... Den anderen... Deutz. Ich glaube, der steht noch in die... In dem Kuhstall drin, ne? Schauen wir mal. So. Naja. Davor steht er noch. So. Dann werden wir den mal hier einmal rausnehmen hier. Wir packen hier nochmal ein bisschen Stroh rein. Stroh brauchen wir auch. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal mit dem... Kompletten Gefährt hier einmal raus. Wenn ich es denn schaffe. Er ist echt eng hier, ne? So. Mit dem schönen alten Deutz hier. So. Da fahren wir jetzt raus. Mist haben wir auch schon ein bisschen da. Fahren wir dann mal runter. Und werden dann die Tiere auch... Soweit mit Stroh versorgen. Nämlich Stroh wird da auch benötigt. Für diesen Kipper so cool. Ne? Und wie gesagt, ähm... Wenn ihr auch die Mods haben wollt, die ich habe... Schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Da ist eine Mod-Liste neuerdings drin. Ähm... Da könnt ihr das Ganze dann auch... Selber... Testen. Oder auch nachspielen. Whatever. Oder euch die Mods halt... Zu euren Karten runterladen, ne? So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwie... Ach. Das ist so eng hier, ne? Verdammt. Fahren wir mal ein Stück zurück. Das ist echt so eng. Was passt jetzt hier mit dem Kipper? Müsste, ne? Ah ja. So. Stroh können wir schon mal abkippen. Zack. Ja gut. Viel brauchen die nicht. Mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Ach du Heiliger. Das ist ja... Das ist ja richtig eskalativ hier. Also guck mich das mal an. Du kannst hier... Ich glaube, man muss hier wieder raus. Mal gucken, dass wir den... Deutz mal irgendwie rauskriegen hier. Beziehungsweise... Ach, den Anhänger können wir ja wieder zurückgehen. Den brauchen wir gar nicht. Brauche ich mich da nicht quälen, ne? Den gehen wir wieder zurück. Weil den haben wir uns ja nur gemietet. So. Da fahren wir hier mal rum. Und werden gleich dann hier... Das Futter rüberpacken. Ich würde sagen... Ich packe den mal ein bisschen weiter vorne hin. Damit wir das Futter dann... Einfacher... Überladen können. Packe ich mir gleich noch Frontlader wieder dran. Und dann passt das Ganze. Das sollte so hier reichen, ne? Haben wir hier kurz... So ein bisschen schräg. So. Das passt soweit. Da können wir den einmal abkoppeln. Dann... werden wir das Gewicht einmal umhängen. Weil das brauchen wir hinten als Kontergewicht. Dann werden wir den Frontlader dran machen. Und dann können wir gleich Futter reinpacken. So. So. So, mach dran. So. Pack mal bei der Frontlader dran hier. Und... Dann sollte das auch schon funktionieren. Passt das? Jo. Sehr gut. Fahren wir da schon mal... So ein Stück... Hier... Zurück. Wir fahren erstmal hier vorne ran. Und da gucken wir gleich mal. So. Gut. Dann stellen wir den erstmal ab hier. Fahren mit dem Deutz einmal raus. Nämlich da brauchen wir das Wasserfass. Ähm. Kann noch ein bisschen Stroh reinkippen. Aber viel nicht, ne? Sollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier rumkommen. Passt das? Jo. Ganz schön eng. Ganz schön eng hier. Muss man echt weit ausholen. Und die... Die Ställe hier, die sind... Richtig... Äh... Richtig schmal. So. Ich fahr jetzt hier mal wieder drunter. Ich weiß ja nicht, wenn das jetzt hier draußen steht, ob der Stroh irgendwie kaputt geht. Ich meine nicht, aber... Sicher ist sicher. So. Jetzt haben wir das. Dann besorgen wir uns das Wasserfass. Das steht ja vorne. So. Dann haben wir mal heute eine schöne Holf... Äh... Eine Hoffolge. Holfolge. Sprachfindungsstörung heute irgendwie. So. Warte mal. Wasserfass war ja vorne, ne? Fahren wir hier mal rum. Jo. Da steht das alte Wasserfass. Was auf jeden Fall, denke ich mal, auch ganz cool hier... zu der... Karte passt. So mit kleinen... und mittleren Maschinen... durchaus angebracht. So. Aber der Unibog... Wie gesagt, vielleicht kommt er irgendwann nochmal auf den Hof. Lassen wir uns den irgendwann nochmal holen. Aber... Aktuell erstmal keine Option, weil... Guck mal oben rechts auf dem Kontostand. Äh... 31.000. Eher schwierig, sich noch ein neues Fahrzeug zu holen. Gucken wir rum. Dann müssen wir mal ein kleines Stück zurück. Mehr oder weniger gut. Ich weiß jetzt auch nicht, ob auch hier der Wasserträger ist. Müssen wir gleich mal... Was ist denn jetzt hier? Ach, nö. Was ist denn jetzt schon wieder hier? Wo ist denn das Problem jetzt? Verstehe ich nicht. Ich kann doch eigentlich... Ach so, ich habe den Bogen nicht richtig gefahren, ne? Ach, Leute. Gucken wir mal, ob wir da... Mal hier wieder rauskommen, irgendwie. Ich habe mich jetzt irgendwie festgefahren, hier, ne? Mit der Tür. Also. Ja, kommen wir irgendwie hier rein. Ach, es ist so eng hier an diesem verdammten Stall, ne? Ich glaube, das passt... Nicht. Ne. Mal gucken, ob wir irgendwie hier rauskommen. Ich glaube, ich fahre nochmal eine Ehrenrunde, ne? Mann, 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 Mann. Das ist so verdammt eng hier. Musst du echt irgendwie dreimal rumfahren, damit du da irgendwie reinkommst, ne? Das ist, äh... Belastend hier. Und da ja meine Fahrerskills, ähm... Eher sehr überschaubar sind... Ist das dann... Sieht das dann manchmal genauso aus, wie es jetzt gerade aussah. So, warte mal. Kommen wir jetzt hier besser rein? Ja, ich glaube schon, ne? Wenn wir jetzt hier so ein bisschen weiter rumfahren... Dann hier reinfahren. Ich glaube, Wasser ist da. Ich weiß es nicht. Hier müssen wir auf jeden Fall weiter ausholen. Mal gucken. Also, Wasser hat er bisher hier noch nicht gezogen. Vielleicht ja hier links oder so. Gucken wir gleich mal. Ah, da ist Wasser. Ah, hier. So. Dann wollen wir mal Wasser einmal rüberfüllen. Gut, war jetzt auch nicht viel, aber... Sind ja auch nur zwei Schweine. So, dann fahren wir jetzt hier wieder rum. Stellen das Fahrzeug da mal ab und werden dann jetzt mal versuchen, das Futter da überzuladen. Das können wir mal hier hinstellen. Und dann mal schauen. Futter, denke ich mal, kommt hier vorne hin. Müssen wir gleich mal gucken. Wie wir denn da reinkommen. Äh, wir machen mal kurz die Gurte einmal ab hier. Zack. Zack. Und zack. Und dann werden wir mal versuchen, hier das Ganze... ...dann auch überzuladen. Mal schauen, wie das funktioniert. So, ich glaube, das müsste passen von der Höhe. Ah, tipptopp. So. Irgendwann hat man da so ein kleines Auge für jetzt hier, um das Ganze so ein bisschen zu verladen. So mit Innenansicht und sowas. Das ist immer noch ein bisschen tricky. Okay, das... Da, äh... Hier fahren wir jetzt ein bisschen rein hier. Mal legen. Aber wir fahren gerade da drüben rein, ne? Ja, fahren wir hier mal rum. Fangen wir mal drauf. Jo. Ganz, ganz schön eng hier. Wow. So. Da fährt er mal kurz ins Silo runter. So, hier können wir schon das Futter ausladen. Das ist schon mal sehr cool. Mal gucken, wie viel wir dafür brauchen. Schauen wir mal. Ah, guck mal. Schon fast ganz voll. Ich denke mal, eine Ladung werden wir noch brauchen. Das heißt, der Trigger ist direkt hier vorne. Und, äh, da ist das auf jeden Fall schon mal recht, äh, pflegeleicht. So. Dann noch den zweiten... Das zweite Futterpaket hier aufladen. Und dann sollte das auf jeden Fall klappen. Kommen wir das hier hin. Schauen wir mal. Boah. Passt soweit, würde ich sagen. Da können wir das dann auch reinfahren. Vielleicht kommen wir sogar hier rum. Ja, ich denke mal, eher schlecht. So. Beim Rückwärtsfahren müssen wir auf jeden Fall aufpassen, weil... Ihr habt vorhin gesehen, ich bin hier ins, äh... Durchfahrsilo reingefahren. Mehr schlecht als recht, aber... Ja. Da müssen wir halt ein bisschen gucken, ne? So. Fahren wir jetzt hier rein. Versorgen dann noch die Tiere mit dem letzten Rest. Ich würde sagen, Leute, das war's dann erstmal wieder heute hier. Mit einer weiteren Folge hier von der Wildbachtal. Ähm, auch wenn's ein bisschen durcheinander war heute. Aber wir haben's geschafft, die Tiere jetzt hierbei jetzt soweit mit Stroh, Futter und Wasser zu versorgen. Das hat geklappt. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Und in der nächsten Folge werden wir dann auf die Felder rausfahren. Und die Felder dann noch düngen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homa.